Alles hat seinen Ursprung, das ist sicher. Sei es der Fluss, der Wind, das Leben, das Universum. Nur bei so manchem weiß man nicht so recht, wo dieser Ursprung liegt. Außer man kennt Pischelsdorf. Gut, der Ursprung des Universums liegt sicher nicht in dieser Gemeinde, aber es ist etwas aus Pischelsdorf hervorgegangen, das heute die ganze Region trägt. Die Pfarre war die erste Pfarre dieser Gegend, eine sogenannte Urpfarre. Und aus dieser Urpfarre sind in der Folge 16 heutige Pfarren hervorgegangen, darunter Pfarren wie Lengau, wie Matikofen, wie Maria Schmollen, wie Burgkirchen. Damals hatte Pischelsdorf einen sehr großen Stellenwert und eine große Bedeutung für die ganze Region. Pischelsdorf war früher übrigens im Besitz eines Bischofes und nannte sich daher auch Bischofsdorf. Und so lässt sich auch erklären, warum das Dorf des Bischofs 16 Pfarren hervorbringen konnte. Und auch in der heutigen Zeit bringt Pischelsdorf noch Außergewöhnliches hervor, beispielsweise einen der schönsten Golfplätze von ganz Österreich. Das ist zumindest das Urteil eines renommierten Golfmagazins. Hier spielt aber nicht etwa die Schickeria, sondern ganz normale golfbegeisterte Menschen. Denn solche Sportler haben den Golfplatz schließlich auch geschaffen. Im Grunde ist zu Beginn eine gute Idee, eine tolle Idee, einiger weniger begeisterter Golfer gewesen, die sich auf diesem wunderschönen Fleck Erde vorgestellt haben, einen Golfplatz zu bauen. Dass es natürlich schlussendlich zu einem so großen Erfolg wurde, ist für jeden hier, der jetzt auf diesem Platz spielt, eine mehrmals große Überraschung. Rund 1.650 Menschen leben heute in der knapp 33 Quadratkilometer großen Gemeinde. Und da gibt es einen Punkt, dem man jüngst ganz besonders viel Aufmerksamkeit und Arbeit gewidmet hat, dem Dorfplatz. Dieser wurde 2009 neu gestaltet. Der neue Ortsplatz ist für Bischofs sicher sehr wichtig. Er ist doch ein bisschen großflächiger geworden, durch die Möglichkeit, dass wir dazu ein Grundstück gekriegt haben. Sehr wichtig ist, dass man den Platz so gestaltet. Da ist er irgendwie zur Zusammenkunft einladet. Und davor haben wir ja im Dorf keinen durchgehenden Gehweg gehabt, sei es für Kinderwagen- bzw. Rollstuhlfahrer. Derzeit ist möglich, doch auch mit einem Rollstuhl, sagen wir an den Dorfplatz, ohne die Fahrbahnbahn nicht durchzukommen. Wer sich auf den Weg zur Gemeinde Pischelsdorf macht, der kommt vielleicht auch an der Wallfahrtskirche hart vorbei. Auf jeden Fall lohnt sich hier ein kleiner Abstecher, denn sie war einst die bedeutendste Wallfahrtskirche der Region. In ihr findet sich die älteste Orgel in ganz Oberösterreich. Selbstredend, dass dieses prachtvolle Instrument aus dem Jahr 1628 denkmalgeschützt ist. Aber gespielt werden darf und kann sie immer noch. Doch nicht nur bei der Musik sollte man hier gut hinhören, sondern auch wenn der Pfarrer erzählt, was es mit der ganz besonderen Geschichte der Wallfahrtskirche auf sich hat. Die Geschichte beginnt mit einem Einbruch in der Kirche in Auerbach, wo ein Dieb das Ziborium aus dem Tabernagel gestohlen hat und es hier an dieser Stelle versteckt hat. Ein Bauer hat beim Laubrechen dann das Ziborium mit den Hostien gefunden. Und so ist hier dann eine Sühnewallfahrt entstanden. Es sind immer mehr Leute gekommen, eine Kapelle ist provisorisch errichtet worden und 1515 wurde diese Kirche gebaut. Neben wertvollen Kunstschätzen wie einem großen Kruzifix von Martin Zürn beherbergt die Kirche auch eine der ältesten erhaltenen Glocken in ganz Österreich. Kurz und gut, die Wallfahrtskirche ist etwas Besonderes. Und nicht nur, weil sie einst die bedeutendste Wallfahrtskirche im Innviertel war. Die heutige Pfarrkirche Maria Himmelfahrt brannte übrigens 1837 aus, wurde aber mit ihren prächtigen Fresken- und Sternrippengewölbe 1984 nach alten Plänen restauriert. Obwohl Pischelsdorf heute eher eine Wohngemeinde ist, siedeln sich auch immer mehr Betriebe an. Von der Baufirma über das Autohaus bis hin zum Dachdecker. Und so soll es auch weitergehen. Derzeit haben wir eben noch wenig Betriebe, aber wir wollen die Möglichkeit schaffen, in Zukunft da einiges zu erreichen. Immerhin ziehen auch immer mehr Menschen in die Gemeinde. Die Bevölkerung wächst also. Wir haben wenig Betriebe, darum ist es ganz wichtig, dass wir den Namen Wohngemeinde erhalten können, dass wir Baugrunde zur Verfügung stehen. Was auch noch wichtig ist, wenn wir in Pischelsdorf eh dementsprechend haben, viele Möglichkeiten bei verschiedenen Sportorten und Vereinen mitzumachen. Pischelsdorf, einst also der Ursprung für viele erfolgreiche Pfarren und Gemeinden der Region. Und wenn man sich heute das Potenzial der Gemeinde und der Pischelsdorfer ansieht, wer weiß, was auch in Zukunft wieder an spannenden und entscheidenden Impulsen aus der Gemeinde kommt. Pischelsdorf Gaue